Deadly Entertainment Resensivt Zusammen mit Euro Video Medien Silence Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglottom zu einem neuen Livestream-Projekt auf Twitch und zu einem neuen Let's Play-Projekt zu Let's Play Silence The Whispered World 2. Die Vorgänger dazu, The Whispered World, haben wir schon gespielt mit dem kleinen Zedwig, ihr erinnert euch, das haben wir schon durchgespielt, sind wir nach Corona gereist und jetzt spielen wir den Nachfolger dazu, die Fortsetzung Silence. Und ja, ich würde mal sagen, wir drücken eine beliebige Taste und starten in das Abenteuer Silence. Oh ja, hier können wir schon so schön durch den Bildschirm uns bewegen. Ja, schauen mal, was so der Nachfolger von dem großartigen Projekt The Whispered World so tweeten hat. Und starten hinein ins Spiel. Brechen wir auf in ein neues Abenteuer live auf Twitch und später in den Aufzeichnungen auf YouTube. In den Parts. Let's go, let's play. Oh, ok. Hier ein alter Spielstand von der Demo-Version, den wir schon gespielt haben. Das ist die Demo-Version, da haben wir schon mal gespielt. Es gab schon Netztests. Dann können wir auch löschen. Und starten mit Spielstand eins. Beispiel. Auf geht's. と Der Deadly Entertainment Presence A Game by Marco Hull Executive Producer war Carsten Fichtelmann Carsten Fichtelmann Carsten Fichtelmann Steffen Roacher hat auch mitgemacht Die Idee stammt von Marco Hüllen. Ralph Kessler hat auch mitgemacht. Ulrich Vanitscheker. Marco und einer von Vasari. Mit einer von Vasari. Der Junier. Paul Schulze. Grisha Nowak. Nikas Deutsche. Martin Bitzchen. Und sie. Ja. Inzwischen. Da ist sie. Die Leute. Natürlich. Die wunderschwelle Musik. Die Leute. 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 Amen. Und da sind wir wohl offiziell im Spiel. Spiels. Silence. Okay, jetzt haben wir die Gesprächsoption. Das Original ist wohl in Englisch und wir haben hier Deutsch, Deutsch Text oder können wir auch Deutsch unter Deutsch Synchronisation erstellen. Option, Audio, Sprache, Text, Deutsch. Aber diese Kommunisierung gerne nehmen, da müssen wir wahrscheinlich damit leben. Okay. Okay. Wir kommen zurück in die Orphanage. Ich bin sicher, dass Sarah Maria wartet für uns. Und die Frau wartet nicht mehr. Ja, das kleine Mädchen. Du verstehst, was du noch nicht? Ja, das kleine Mädchen. Du verstehst, was du noch nicht. Rini. Ich wollte dich nicht schrauben. Rini. Ich wollte dich nicht schrauben. Ich bin sehr entspannt. Rini. Ich bin sehr entspannt. Okay. Du bist sicher hier. Ich versuche. Was kann ich tun, um zu Rini zu kommen? Okay, klick auf den Boden um dich dorthin zu bewegen. Okay. Jetzt müssen wir es finden um die Rini wieder zu beruhigen. Vielleicht gibt es etwas schönes an. Okay. Lass uns etwas machen, was Frau Klokk total nicht überprüfen würde. Heute war es in Masse-Fatalitäten mit unbekannten Verletzungen. Ja, das ist sehr hilfreich. Es ist nur sicher, dass die Arial-Bombardung nicht zu verhindern. Ja, ein Lampenschirm. Du magst Shadow-Plays, nicht wahr? Schau, Rini. Da ist der Elefant. Oh, weißt du. Das soll ein Elefant gewesen sein? Okay. Sie bekommt immer Hicke, wenn sie Angst hat. Was haben wir denn im Schrank? Das ist ein huggerät. Aber die Arial-Bombardung. Ich bin deshalb noch nicht auf dem Schrank. Das ist die Arial-Bombardung. Das ist das, was ich mir vor der Woche sah. Das kann ich nicht finden. Das ist die Arial-Bombardung. Aber immer noch einig, das ist die Arial-Bombardung. Ja, das ist eigentlich ein bisschen schade. Tja, können wir den Esel irgendwie benutzen? Jetzt mal mal spielen. Hier scheint etwas Besonderes möglich zu sein. Füge die beiden Symbole übereinander. Ich kriege ihn mit der linken Muster zu. Guck mal, wer ich bin! Well? Du siehst nicht wie ihn. Wie geht es jetzt? Nein, du hast überhaupt keine Böbel. Und wo ist Spot? Wo soll ich eine Böbel haben? Nicht zu nennen, eine grüne Super Caterpillar. Mhm, eine Böbelmütze. Hier sehe ich doch eine Böbel. Das sieht doch fast aus. Socke. Socke nehmen. Was kann ich? Dieses Kopf abreißen. Sieht da fast wie Sandwick aus. Er ist auch klar. Sag ich doch. Sandwick. Sockspot. Das könnte ein feines Sockspot machen. Tadaa. Heute ist es um Zuschauer. Ich will eine Geschichte über den Silenz. Wirklich? Das ist rühmt. A. B. C. B. 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 Er war ein guter König. Aber er wurde sehr verrückt. Und mit ihm, die Land begann zu sterben. Wilde bliebte. Walls und Städte bliebte. Alles verabschiede und verabschiede. Wenn nur der König zurückgekehrte. Denn wenn er so, so würde Sälen. Sadwik wollte ihm ein Elixir der Leben, wie ein altes Oracle hatte. John ist nicht alt. Genau. Sie ist ziemlich Zeitlos. Und Mysterium. Wo ist sie Crystal Ball? König Sandwik. Sie büren. Hallo, Crystal Ball. Kann Shauna so eine Ball haben? Natürlich. Niemals. Die mysteriöse Shana zei, dass Sadwik um den König zu retten. Sie büren sich. Natürlich. Sie büren sich nicht. Sie büren sich nicht. Sie büren sich nicht ein Elixir der Leben, richtig? Aber wenn er auf dem Kastel gekommen ist, sah er, dass Shauna richtig war. Sie erinnern, was ihn in der Schraube erwartet hat? Sie büren sich nicht an. Sie büren sich natürlich die L Du hast einen Sack mit einem Bubble hat gesehen. Insofern, ein Junge, der sich mit Krankheit befestigt. bereit zu öffnen seinen Augen nach einem langen Zeit, oder zu lassen sie immer wieder zu bleiben. Das Junge war du. Du warst schluck, und du schlappst. Und Sadwick war in der Säule? Das war alles nur ein Traum. Ja. Was, was hat Sadwick getan? Er schraubte den Säule und verletzte sein Welt. Um dich zu retten. Du warst den Kiel. Alles nur... Ach, er ist der Sadwick. Er ist der... Das ist gealtert. Er denkt, er hat alles nur geträumt. Ach, Mensch. Heavige Artillerie-Bombardment. Natürlich. Die Götzl. Quatsch, das ist offensichtlich. Und dafür... Hier. Na, komm. Jetzt. Jetzt ... Jetzt kurz den Stein nehmen. Und auf den Fernseher werfen. Ja, ja, hier kommen wir als Hinweise. Ach, ja. Hier kommen wir als Hinweise. Ach, ja, hier können wir uns. Mal. wo wir hingehen können die historie die dritte Herzlichen Dank. Ich benutze das Spott für meine Geschichte. Es sieht aus wie die Spott hat. Spott? Du bist da drin? Aha. Nein, ich weiß nicht. Oh. Okay. Mehr nicht. Oh, den Fernseher aus. Hammer. Hums. Hums. Du bist in der Welt. Und wir sind in der Zivilgeschaft. Nur noch sterben! Ja! Blödsinn. Was ist das? Durchgettern. Schauen wir nach was da ist. Ein Achterbahn. Hier der Zirkuswagen. Die Uhr. Die Kiste. Das Ding hier. Granetengetriebe. Die Rüstung. Kiste der Globus. Alle Sachen die man aus dem ersten Teil kennt. Ok, das wird nicht gehen. Aha. Farini. Oha. 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 Balancieren. Sehr schön. Auf die Rüstung vielleicht. Hey, das war nur ein Globus. Und ich bin nicht Sadvik. Sag das doch nicht. Nein, was machst du? Nein. Bleib da. Rini. Oh nein. Schnell nachher. Auf die Planetengetriebe. Hinauf da. Das ist nicht real. Das einzige was wichtig ist Rini. Komm schon. Ja. Über die Gleise. Hinauf. Ganz nicht. Du bist. Woh. Es ist so ein Traum. Huh? Wer bist du? Wunderbar. Wo bin ich? Ich schlumte das Monsters. Die Lichter, die Farben, der Schmerz? Das ist Silenz. Wow! Was ist mit dieser Scheiße? Ich träume, was auch immer ich will. Und ich will keine Butterflies und Räume. Ich will meine Freundin zurück! Oh, Scheiße! Hör auf! Was? Was? Versteck dich ganz sehr still. Oh nein! Werder, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das? 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 Ich weiß nicht, wie du wirst aus einer Weltwurm wirst, oder sogar um es zu töten. Ich glaube, dass die Chance schmerzt auf dich. Ich hoffe, dass sie schmerzt auf dich. Ich hoffe, dass sie schmerzt auf dich. Otherwise, du wirst hier nicht weit weg. Deine Freundin wird sicher sein. Eine meiner Leute, die zu unserem Schmerz. Wo ist sie? Ich kann dich nicht sagen. Das ist mit dem Schmerz. Was bedeutet das mit einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du? Kommt! Kommt! Hey, warte! 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 Wie hat sie da da da? Warte! Und mehr wichtig, wie kann ich da 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 da? Warte! Wie kann ich da 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 ohne eine Bühre? Warte! Ich versuche diese Bedeutung! Ich versuche die Bedeutung. Ich versuche diese Bedeutung! Sie können mir die, die Bedeutung! Also habe ich gerade nicht. Ich versuche da das Bedeutung! Okay! Ich versuche die Bedeutung! Ansonsten zurück zum Wurmen. Ja, hier aber den Bebelkopf, sag dich doch. Oder den Bebelkopf schieben. Was liegt denn da? Natürlich. Das ist Silenz. Es ist dich! Es ist wirklich dich! Willst du nachdenken und helfen mir? Was? Warum nicht? Nur du warten. Ich werde dich weg. Das ist wie du einen Kugel in den Orphanagest. Nur vonk es gegen den Kopf der nächste Kindheit. Nicht sogar ein Kugel. Nichts mehr von ein Kugel. Ach so. Aha. Schau! Ein Kugel. 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 Aha, eine Raupe. Ich würde gerne das Pelztier helfen. Das könnte schwierig werden. Okay. Das können wir irgendwie... Okay, wir kriegen das Star Wars. Wir haben zwei Hinweiß um. Oh, wir kommen vor. Wir kommen hier vor. Oh. Das Loch verstopfen. Jetzt oder nie. Ah, ja, ein kleines Nest. Das Tier wundert sich, was es da hat. Das ist nicht mein Kind. Das ist ein kleines Spot. 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 Ich bin großartig. Ich führ die Tür so auf Spot ans Ziel. Mit der Maustaste nach unten. Das ist eine flache Form zu erhalten. Ich bin großartig. Oh, ein kleines Spot. Ich bin sich mit dem Flach. Nee. Ich bin großartig, dass du zurückkriegst. Ich bin großartig, dass du zurückkommen. Ich bin glücklich, dass Sie zurückkriegst. Dann bekommen wir den Kugel-Spot. Dann bekomme ich den Kugel-Spot. Dann bekommen wir den 6er Spot. Cool. Flak wie Pancake. noch mit spot also benutzen wir den jetzt süß sehr gut spot ist doch der beste der hilfreigste mit einem hinauf mit dir na komm das wirst du doch wo hinkriegen so Untertitelung des ZDF, 2020